letztes mal da sind wir aber früh genug umgedreht also die die talks sind ja doch relativ langsam schnell genug umdrehen wo ist drin da ich bin stehengeblieben musste nur mal ein stück daraus deswegen nicht auf agro den nicht dass er von alleine losläuft man zieht auch mal alles hochgeproscht was auch das elementar dahin schön ach ja stimmt was war das noch mal das ist rüstungsbrechen was der käfer macht also diese säure dann kann ich warte mal ich versuche mal da kann ich nicht das bellen nirgendwo hat sich das bin deswegen was sind die krankheit oder einfach so effekt ja jetzt säure ich finde schon ganz schön was ne geht das noch ja waren wir doch nicht einmal geil dir das gefühl ja der andere geht ja auch noch mit obwohl auch kein wahner mehr ja das ist mein problem auch gerade habt ihr jetzt nichts zu trinken mitgenommen ja doch alles gut da muss nur was laufen ja dann einfach sagen kurz hinsetzen tränken ja und ja sind wir mal ja ich gehe hinterher ich habe ja jetzt in der pause machen floren ja ja alles gut ne froh ist ja fertig oder ich bin fertig ich kann ja hier mit drauf schlagen ich überlege nur wenn das schief geht ob ich da einfach mit drauf gehe wir sind früh genug die absprung schaffen wir das so doll mit den trox noch sieht das doch alles hier ganz gut aus also war letztes mal auch wir kommen ja jetzt erst weil ich glaube da kannst du nur so einen ganzen pulk ziehen also das war irgendwie das problem war die ersten drei oder wenn man glück hat kommen auch nur die beiden ja aber auf jeden fall markieren wir den magier der muss auf jeden fall zuerst wenn die alle drei kommen und wo ist der der kommt ja komm mal zurück der kommt glaube ich hier hoch glaube ja da habe ich nichts zu schießen naja ich kann ja magier ist markieren im schädel ja schade dass wir nicht zum scharfen haben oder zum weg stellen ja 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 jetzt diesen feuer reden machen wir sind ja wieder nene 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 warte mal kurz warte gyn oh ja das ich trinke auch noch mal nem nilch nix 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 ich zurück der kommt also ich hätte freuen die anschließen müssen gleich erdschock machen können also gleich unterbrechen da sind drei oder die gruppe erst mal den hier aber der drei gruppe seit der magier wieso in nicht hardcore die ersten besuche hier so waren da ist ja egal einfach einfach ein laufmann ausprobieren hier ist nichts mit reinlaufen und ausprobieren aber doch schon erst mal gerne das ist die magier im fokus den kannst du gleich hier schocken ich muss ihn ja ja ich werde dem wasser haben ok ich war schon wir sitzen auch wenn er nicht gleich einfach was machen wir wenn die wieder sporn oder dauert das ein augenblick aber das dauert ja wenn wir nicht bauen müssen wir sie umlegen also wenn wir da noch hier sind naja ich habe mal ein gespiel wieder oder was ich habe mal eine banane ok ganz der andere noch in der einfach zurücklaufen um die ecke hier das hätte ich sehr lange so diese war der schießt dadurch jetzt kommt ach so ja ja ich sag mal im normal ww was nicht hardcore ist ist ja auch wesentlich leichter so ne klar kann auch drauf gehen aber du hast ja nichts zu verlieren so gesehen man ertränke hast du davon noch welche man ertränke zwei kleine die bis 360 machen das war's ja besser als nichts aber jetzt gar keine vorbereitung er ist ja nur notfall jetzt geht das ja wenn wir nicht so viel polen dann geht so mit haben ja 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 genau muss ich noch mal herstellen wieder oder von der zweite da haben wir hier der eine ist ja schon fast wohl jetzt ja genau ist ein kleiner testlob jetzt diese quest haben wir seit gleich gekümmert weil ich weiter will da müssen wir dann noch mal nach sandablau und so was und ich glaube vari matras glaube ich auch also eigentlich in jeder hauptstadt also ich habe hier rage feier zwei quest ja wir werden das dinge jetzt nicht schaffen da können wir uns denn anders vorbereiten schutz für alle kann ja ein paar mann ertränke herstellen und sowas dann hier ist da ist noch einer dass er uns den rücken fällt hinter uns der weiße der da rumlautschen ja kann man sich denn auch hier raus porten doch also wir müssen nicht ganz zurück laufen da also meint das wie macht das mein stein ist ja noch nicht wieder einsatz eine andere möglichkeit ist es doch einfach die gruppe zu verlassen das hat oder noch ein kampf hast andere möglichkeit ist aber die gruppe verlassen dass automatisch rausgeportet das ging damals schon weil du bist ja nicht mehr teil der gruppe ist ja nicht mehr deine installen sollten uns vielleicht nicht so weit auseinandertrennen ja stärke gut ich glaube wir können uns gerade nicht unbedingt beklagen vielleicht einmal der feuerwurm wird am schlimmsten ein gemein die bosse werden glaube ich schlimm die hauen ja doch ganz schön rein ist ja schon überpowered hier drin überpower jahren ihr entbosse sollten level 20 haben der entboss da war es sich level 18 aber so ein heal kostet ganz schön viel kohle ja eben moskampf trotzdem viel heilen darum geht es ja nicht dass wir dass wir super stark sind oder so was ich habe ja nur 1000 mana und eine heilung kostet ja schon 150 250 dafür hat man dann zu viele graue sachen obwohl es geht eigentlich zu wenig sachen mit mana drauf ja gut verzaubern und sowas hat vielleicht noch ne ja so weit habe ich noch nicht gespielt manu der unser leben ist ich wollte ja kämpfen hier und nicht nur wo es kann beide funktioniert nicht ach so warte ach so wir müssen zu weiter zurückziehen der dritte naja muss der lehrwander kurz denken hier okay das ist nur noch einer der haktin kurz tränkpause ja gut und guck mal wenn wir jetzt noch irgendwie wir uns mit kochen mehr beschäftigt hätten wir ja noch baffut so wir haben tränke wir haben verzauberung wir haben baffut ja das müssen wir vielleicht auch noch mal machen wir können uns schon ganz schön hoch pushen angeht kommen die ganzen orks ja da ist auch ein ein magier mal dabei der kultist oder kultist hier vor uns direkt oder das andere sind enforcer die drei das ist auf jeden fall zurückziehen ich markiere den mal vier stück er kommt gleich zu mir hier noch keinen bock auf den krieger ich will zum heiler hier stoßen die schubs drei sind immer schon recht gefährlich ja nur aufpassen dass sie dir nicht in rücken hauen oder sonst aber erstmal trinken ja du bist du auf stufe 16 uhr in der mitte der worum ist ja gar nicht das ist ja die teufelswache stört dass die teufelswache hier und ich glaube der satyr und der ork hexenmeister ne oder gab es hier noch den trockbos aber der war ja optional nein der trockbos ist gar nicht hier das trockbos ist erst also auch kam woche später also der trockbos ist dann die eine erweiterung hiervon da ist ja wissen und dann gab es dann die neue mit den ganzen anderen da ist am ende glaube ich dieser große verrückte ork der oder gar nicht in die basis reinbaut ja genau richtig wenn sie hier unten mit mini stadt reinbauen ja der trockbos der dritte aber diesen knochen reiz als streitkolben super lustig wer will ärger was soll das können sie bitte auf damit ich saug mal ein bisschen leben ab hier wer auch gleich die zwei hier dann ist der flur gesichert noch der lehrwandler dazwischen gegangen hinter aber auch empfindlich selbst wenn ich nur das probleme ich habe ja kein stampfen und alles mögliche was sie an sich mit der neuen will mit den normalen anderen sind funktioniert du kannst doch keine langen und direkt aufbauen hier deswegen immer an tanken lassen eigentlich lederverarbeitung rezept und nicht in die lava fallen das ist tödlich und er sagt wirklich ist sehr tödlich die mittleren auch wieder zurückziehen oder erst die da stehen die beiden oder erst die anderen so muss einer die anschießen da war immer ich ziehe die zurück die werden doch alle pullen oder was oder was ich nicht ne 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 ok gut das war ja schon der andere ist auch gekommen ist ganz gut wieso kommt er denn jetzt auf einmal ja keine ahnung ich kann sein dass der aber zu der 2 gruppe irgendwie dazugehörte weißt du läuft immer patrouille hoch und runter da ist oben noch einer hier den hex meister zuerst kurz erwarten bis die patrouille wieder hochgelaufen ist also den kann ich auch rheinland polen unten ist das ich hab dennoch da muss das nur benutzen die und das und das auch noch mehr mehr brauchte ich auch nicht nämlich einen neuen stein ach so was ich will da haben ja ja weil die habe ich jetzt aufgebraucht weil er von am den hex meister ist wieder steht ich wollte gerade sagen scheiße die machen das auch beschwörung nicht weg die bleiben leider okay trinkpause macht er hier nicht diesen blöden wäbelwind ich weiß nicht hier oder können wir denn die lava fallen ich weiß mir denn außenrum einmal leer machen erst ja das muss mir glaube ich so ich glaube alle kommen wenn wir den angreifen oder ich weiß das nicht wenn er viert dann sollte man außenrum machen naja ich glaube den ziehen wir auch einfach vorne am eingang hin wenn er viert ich meine wir können ja nicht aus dem in die lava fallen das war ja echt nein ich äh wie kann man denn nochmal da aber wenn du am rand stehst und dann äh genau vier auf und dann gehst du da vorne dann machst du plupp und dann bist du tot ja ich glaube ich habe keine ahnung mehr das ist zu lange her mussten wir rundherum clean ich habe keine ahnung wir clean dann einfach kurz hier land also quests man hat quests geteilt ich habe keine ne ich habe voll oder was ich sehe keine habt ihr keinen platz zu haben doch ich habe Platz aber ich habe keine gekriegt ne zu weit weg sind dann geht das nicht achso habt ihr sie jetzt? nö 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 jetzt except ich nicht ne julian du bist schon julian ist schon auf der quest steht hier achso slaying the beast äh hexenmeister wieder zuerst ne 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 vielleicht sie zurückziehen aber das geht schon die anderen beiden noch wo kommt oh auch so er hat er resisted ist er schon zu schlecht geworden ja das ist ja mein das ist ja also die trox die konnte ich ja noch unterbrechen aber hier bei den schamanen hier wird es bisschen haarig da die resisten dabei ist er schon rang 2 also eigentlich ausreichend ne aber wahrscheinlich haben die keinen cooldown an sich haben sie ja dann eine blockade auf der fähigkeit achso ja 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 aber der existiert ja nicht der wird einfach nur unterbrochen das kann sein ja so mal achso hey wie schnell das mana weg ist ist unglaublich ja wenn ich hier so viel zauber auch aber jetzt geht's gerade noch jetzt lädt sich das wenn ihr sauft lädt sich das eigentlich von alleine wieder achso ja weil wir im kampf sind ja gut wäre so ein trank der sowie der treu blut trank nur für mannere generation also er gibt es ja gibt ja ich mein schon gibt es auch schrift rollen ja ist ja willenskraft ist auch mal da recht stimmt warte auch tanks ran tanks ran er macht er schon ein bisschen diesmal funktioniert mit dem unterbrechen ich meine letztens war doch einer der sogar mit 59 gestorben das auch der wird wahrscheinlich wissen so jetzt 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 kommt noch ein monster damit ich leute tot ja auf jeden fall wieder zurückziehen nicht dass der in die andere gruppe reinläuft da kommen sie schon so alter ich krieg ein hit und halb tot was ist denn das hier für eine dämliche scheiße was denn ich muss auch noch mal nachmachen gleich trinkpause großtränke lage gluck gluck ich sauf mal meine auch die milch brauche ich jetzt nicht er ist auch frisch ja genau dass das macht wort und so 50 sekunden noch die kekse die kekse lauf nach 29 minuten und spirit magic in christina das ist gleich abgelaufen und einer mit 30 gestorben wir schaffen das hier also wir haben wir die hier hex meister zuerst wenn ich jetzt hier so ein feuer ding macht werden wir dann auch mitgegrillt das war schon ganz schön aber bei den mobs immer ganz schön viel so den da oben immer noch nicht rüber ist die aber fertig machen anschließend anschließen und dann weglaufen der wand larynx tötig platz einfach das war der lehrmann lehrmann da nur nicht an oder ist meiner gestorben eigentlich eigentlich weiß dass wenn ich da so dicht neben bin dass der den halt angreift hier können wir rüber laufen schön auf die fresse geschlagen die aber direkt mit dem kolben auf den kopf das machte so tonk und dann lager der handy eine welt noch und dann habe ich es kommt schon zu zweit da ist er manchmal erschreckt man sich ja so ne weil das ja alles so rot ist und wenn ich dann auch mal mit julien denn hier irgendwie anders tankt dann gehe ich immer so scheiße oder julien das letzte ist ja keine magie ne aber die ist tot haben wir alle holy shit ey ne zwei sind er noch ja ach so ne hier von denen jetzt weil ich hatte grad nicht mehr richtig zaubergott noch mit nem zauberstab zuhacken die noch denn es so ach so ne halt irgendjemand 8 ja ja alles gut kannst du anfangen ich bringe ja von mir erstmal diese ganzen debuffs auf den kopf geknüppelt nochmal alle einzeln blick 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 war die Lassen wir für Polen einfach hier in die Ecke hin. Ich weiß nicht, was ich für Fähigkeiten habe, oder? Nee, haben wir sonst immer auch da oben gemacht. In die Lava geführt wirst du nicht. Ich weiß das nicht mehr, das ist Jahre her. Wir haben zwei Pläne. Einfach in Panik, gerade wenn was passiert. Ach, das macht er. Flammend, denkst du. Ja, aber ich glaube, wir sind weit genug weg, ne? Ja, wir haben ihn noch aber hier jetzt, oder? Ja. Oha. Können wir den Rest auch noch machen. Oh, mächtiger Schwert. Oh, was ist das denn? Kann er noch ein Schwert tragen? Ja, ich. Oh, du wolltest gar nicht sagen. Aber ist ein Maikerschwert, oder? Oder was steht da? Du kannst damit die Attack, also die Angriffskraft des Gegners um 15 senken für 30 Sekunden, wenn du ihn triffst. Also hast du eine Chance darauf, ne? Kannst du es schwer tragen, ja. Plus, dass das sehr schick aussieht, das Schwert. Haben die alle sein Herz? Ja, der hatte vier Stück scheinbar. Ja, macht ein bisschen BD-Sat-Damage, das andere, aber macht jetzt ein Schaden, würde ich sagen. Na, jetzt können wir auch den Rest hier noch machen, oder? Ja, den, den. Ich meine, die Queste für haben wir ja sowieso nicht, ne, oder? Hexenmeister können wir auch noch mitmachen. Das ist doch die Quest, die ich geteilt habe, oder nicht? Du hast Slay the Beast geteilt. Das ist schon mal sehen, jetzt hat die Kitschschema an, ne? Das habe ich nicht bekommen. Ja, kannst du machen. Oh, komm auch gleich wieder zwei. Das ist ein Bordnerdix. Unglaublich. Oh? Ja, 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 ich glaube, dass du hast hier wohl an der Pitsche, da tue ich mir gleich noch wieder. Ja, nicht so schlimm, aber wir müssen ja sowieso noch mal rein, wenn es sinnvoll ist. Ich glaube, ihr habt die andere Quest nicht abgegeben mit diesen Insignen. Ich weiß nicht, welche das ist. Ich glaube, da bekommt man die, oder? Äh, die Insignen habe ich ja auch abgegeben. Na ja. Ja, du hast die Quest, glaube ich, auch. Du gehst jetzt zu Thrall, mit dem musst du reden, du musst aus diesem Nero runter, musst du jetzt zu Thrall, das ist ja so ein ewiges hin und her. Ja, genau, das habe ich auch schon gemacht. Ja, wann sollte ich das denn machen? Das haben wir ja, wir waren ja noch gar nicht richtig hier. Richtig. Ich muss die Axt noch wieder anlegen. Ich habe schwer dich gelevelt. Ach ja, hast du. Ach, scheiße, stimmt ja. Ja gut, aber wie gesagt. Ja, war doch, äh, ich dachte eben gerade, warum ist er ausgewichen? Oh, drin. Oh, ich wollte. Äh, ist ein guter Lauf hier, funktioniert gut. Ähm. Hey, 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 das ist doch gar nur glücklich. Überheblich werden, ne? Sonst klappt das ja. Ja, Florus, ja, wir ja den Feitschern schießen hier. Entledigen wir nochmal die Vorquest, wenn wir die anderen Kram kriegen. Und ich meine... Ich meine von... Warlock da, ne, ja. Uuuhuuhuuhu. Ich glaube, wer kommt. Ja, scheiße. Er hat unterm Rechen hält nicht wirklich lang. Warte, nicht zu viel Schauen bei dir. Nö. Muss man da nach hinten laufen, ne? Ja, ich zieh ihn mal. Kommt er? Ja, der kommt. Okay. Ja, da ist er ja. Ähm. Ja, und ganz abgesehen davon, äh, von der Ausrüstung her. Ne, die kann man ja ganz gut mitnehmen hier eigentlich. Sieht erstens gut aus, und zweitens ist die auch nützlich. Ja, tränken. Oh, ich muss einmal kurz Milch saufen hier, sonst war das gar nicht nix. Dann bin ich nicht einsatzbereit. Das dauert, glaube ich, zu lange. Ja, schon. Also, da kommen jetzt alle drei, oder die Begleiter zuerst? Ja, alle drei kommen, glaube ich. Die Begleiter zuerst. Na, an der Leiche, den Schatten Edelstein, kannst du, glaube ich, gebrauchen für Schmiedekunst und sowas? Ja. Ja, guck mal, wenn du ihn markieren. Wen wir sie markieren? Die Frau, das. Die Begleiter zuerst. Wenn du die Frau zuerst. Okay, da. Alle da? Ja. Ja, guck mal, wenn Julian denn so ein bisschen seine Schmiedekunst gepolst hat, oder sowas, dann, ähm, sieht das ja auch nochmal anders aus. Okay, dann. Hier. Der Wadl, ach, jetzt kommt der denn hinterher. Also, vor dem ist er einfach die. Hier, dies, und das, und jenes. Yeah. Der hat noch voll viel Mana und hat es nicht benutzt. Oh, hier, Julian, wieder für dich. Ah, das ist ein Armstein, oder? Armstein, ja. Nicht schlecht. Julian, Julian räumt hier richtig ab. Jetzt haben wir den Satyr da oben noch um. Wo sind wir da Satyr? Da müssen wir ein Stück zurück, um den über uns. Ja, und nächstes Mal holen wir den die Quests und so, und dann, äh, wo wir den Rest sind. Oder, äh, da ist, bisschen umklatschen, ja, sitzt. Verkehrt euch da, ja. Da, ich weiß auch, na, stimmt. Ja. Von versteckt. Der, auch noch bei einem halben Kilometer lang voller Ads sind. Aber Glück gab's nachher anders, ja. Da ist ja nicht mehr so viele Mobs. Trash war immer das Schlimmste, was die Wahl gab. Ja. In späteren Dungeons sind ja noch viel schlimmer, ja. Ja, aber nachher, aber mit den neuneren gar nicht mehr so viel mehr. Nee, aber da haben wir natürlich auch die Immunität entfernt, und, 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 da war das ja. Da haben sie ja die ganze Gefährle, äh, anstrengend, was den Dungeons meistens so ein bisschen rausgenommen. Ja, ist ja aber ordentlich, kommen wir, du läufst. Also, der Boss steht alleine in der Brücke, das Bindel weich, äh, zweimal schlägen. Und hier, du, 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 läufst in eine halbe Stunde hier durch, um nur in den Trash umzuschlagen. Ja, also in der Brust in der einen, äh, Leiche für dich, schön. Mal gucken. ja aber wie gesagt es lohnt sich ja noch ein paar mal rein zu gucken ja ich meine der ein die auf der plattform der hat auch noch ein ganz guter ring gut über die brust man müsste sich noch mal den table angucken so uhr das ist wie früher sehr lustig haben wir gar kein gruppen foto vor dem mob gewartet sein die sport jetzt wird es wird es ein bisschen härter ich wollte die freundlichen heute nicht weiter zurück laufen noch nicht in die lava eigentlich müssten wir so viel hornhaut an den füßen haben das ist alles egal können über lava laufen schuhe wurden uns ja verboten ich habe schuhe aber oder so oder so offene schuhe was ja wie bei den untoten leidner vorne die kappen abgeschnitten weil die zählen so riesig ja das ist ja auch die immer kaputte schuhe haben eigentlich ist das völlig verhindert das ist halt so so um den gestang wieder raus zu kriegen dass das sind aber sehr schöne schuhe die da habe knack knack jetzt sind sie doch viel besser ja meine schuhe an meine schuhe an und schuhe an der bayer bahn 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 Was das für ein weiter Weg ist, hier oben hinzulaufen Ja Da ist er doch Ein, einsamer Ork noch davor, den mag er wahrscheinlich besonders gern, deswegen steht der ja zwei Zwei Orks Zwei Orks, dann kommen die jetzt alle? Na ja Ja wahrscheinlich Ne, nur der eine Ork jetzt noch Der andere ist schlau. Der andere hat gesagt, das sehe ich nicht. Habe ich nicht gesehen. Habe ich nicht gesehen. Wenn ich die Augen zumache, dann lassen sie mich am Leben. Aber ich glaube, die beiden kommen zusammen, oder? Ja, auch nicht. Doch. Jetzt geht's Action. Auf ihn, Gebrüll, ey. Was? Wie heißt das Ding? Satyr-Poker? Das Ding ist ja geil. Das ist eine gute Zweihandstackwaffe. Ja. Wer könnte das denn tragen? Ein Jäger. Ein Jäger könnte das tragen, haben wir jetzt nicht. Von uns hier jetzt direkt keiner, ne? Du, du kannst nur einen Stab tragen, glaube ich, oder? Ich kann einen Stab tragen, keine Stangenwaffe. Paladin könnte, glaube ich, eine Stange tragen, oder was? Nicht so? Ja, haben wir aber alles jetzt nicht hier. Das Ding wird ja... Ich werde das Ding jetzt zaubern. Ja. Ja, machen wir jetzt schon. Fertig. Körglaufe. 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 Untertitelung des ZDF, 2020